hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mass effect 3 multiplayer ich bin heute alleine unterwegs deshalb habe ich hier eine komplette random truppe und ja mal sehen was es gibt wir sind auf der map london und die gegner sind die wir sind jetzt noch gleich collector äh nee rager die map heißt fire das Wo ist denn da? Das war die erste Runde. Und wir haben einen vierten Mitspieler, bzw. einen dritten Mitspieler, einen vierten Spieler insgesamt. War das gerade nur eine Granate? Die Grupper sind sogar, ehrlich gesagt, noch angenehmer als die Kollektoren. Wir kommen immer so schnell in so riesigen Massen. Ich hatte noch einen. Oh, fällt es nicht mehr. Oh, wie? Los Leute, schnappt er euch! Oh Gott, mein Team ist auch zu wünschen übrig. Ballon! Oh Gott! Meiner! Hachibätsch! Oh! Oh! Fall in die Gegner-Line! Ähm... Keine gute Idee damit. Niemals! Niemals! Oh, das ist ja noch mal gut für den. Hallo? Ah! 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 Ich dachte, er kriegt mich. 4 runden auf der liste und ist schon um alles im grünen bereich nein nicht geradeaus nach oben ich kann wirklich nicht schneller schießen Aua! Nein, 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 In der Luft eingefroren. So muss das sein. Hinten. Meiner. Ich glaube, die kommt von der anderen Seite. Oh, ne. Oh, da muss ich von hier. Oh. Da hat der Cutter mich nicht direkt getroffen. Da muss ich mich wieder mit dem hier beschäftigen. Ja, komm her. Aua. Genau ausgewichen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ja, lass mir ja auch noch eine Benchie vor der Nase spawnen. Oh, 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 oh. Ich kann nicht schneller. Aua. So ein Driss. Ne, 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 ne. Puh. Stammt direkt einer daneben. Ach, keine Munizierung mehr. Äh, auch noch das. Hat mich das, ja, das hat mich die Führung gekostet. Äh. Oh Puh, Raketenwerfer sind immer die schlimmsten. Nimm es doch auf, Kollege, meine Güte. Wir haben noch keine Zeit. Ja, eigentlich schon, aber... Das ist ja trotzdem nicht unnötig in die Länge zu. Na, und? Komm, fall um. Was? Oh. Ja, ich weiß, dass der Gegner nach mir sucht. Tür mitnehmen. Und Raketenwerfer Fuzzi umlegen. Mh... ...Mh... ...Nöööö. Nein, ich hab verkackt. Ja, und noch nicht mal ein Assist gekriegt. Uh, meine neue Waffe ist cool. Ich hab nach der letzten Runde den Swag-Demel gekriegt. Wäre jetzt keiner von der Vanshee umgelegt worden. Nein, und jetzt werde ich von der Vanshee umgelegt. Ah, oh, mich hat einer gerettet. Boah, das war aber kurz vorknab. Ja, wo ist denn der letzte? Das waren sie jetzt aber. Nein. Okay. Meiner versteckt sich noch. Nein. Hinten schießt es. Sag ich doch. Meiner. Hehehe. Abstand bleibt gleich. Wie schön ist das nicht? Wie schön ist das nicht? Wie viel Schütz hier von dem Typen ist. Ganz schön. Neine Güte. Aua. Nicht in den Rücken schlagen. Sollte es vor mir stehen bleiben. Sollte es vor mir stehen bleiben. Und, da sind schon mal ein paar von den Schlimmen. Los, fall um. Wie? Ich habe keinen Assist gekriegt. Was soll das denn? Und wer? Vorletzte Bälle? Na ja, gut. Vorverletzung. Ups. Und wir treffen die von da aus nicht. Ich glaube, ich fliege zu weit weg, dass ich von irgendeinem Hilfe kriegen werde. Ich bin auch mal wieder reingestrungen, ohne zu gucken, was kommt. Oh, und ich noch einen Reketenwerfer. Kassier, Benji. Kassier! Hm. Wieder keine Punkte. Oh, okay. Oh. da los falle um ein paar punkte wobei doch noch so ein kleines ok ist noch einer warum zeigt er mir keine punkte 9000 dahinter ich habe nichts gekriegt, was zur helle jetzt mal die pistole her die ist tatsächlich gar nicht mehr so schlecht ja die stehen hier zu viert und die Benchy greift nicht an kassier meine granaten ich krieg trotzdem keine ich mach meinem Bären Schaden an dem Vieh nein, 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 bleib an nein, nein, bleib an und cool klingen tut das auch noch oh, muss er jetzt kommen die Bachmann macht so übenden Schaden und ich krieg keine Punkte rette den doch meine Güte den anderen auch, ne, den anderen kann ich nicht retten der hat sich von der Benchy kriegen lassen und ich mich beinahe auf lasse mich den Bären Schaden die hat auf mich gehört doch der nicht der liegt da unten der Benchy vorbei porten der Benchy habt ihr die Benchy? bei ihr sind zu viele andere nein, ihr habt die Benchy nicht aah, sagt das doch die Benchy klar, schießt durch die Wände durch Raketenweg schon wieder nur ein Assist unfair aber die Waffe gefällt mir 16.000 Punkte vor mir ich muss ja sagen ich hab nicht die beste Klasse für den das wäre ich mir jetzt grad ich meine, hier geht's noch aber Strop of Gold kann ich ganz vergessen wenn ich an der nicht einen Bärenanteil der Punkte kriege warum hat mich das trotzdem getroffen? ja, 400 Punkte nur von 1600 was soll das? das Spiel mag mich nicht mehr das Spiel mag mich nicht mehr Aua! was war das? Oh! Aua! wache mich doch! ähm ich kann mich nicht mehr so wirklich bewegen die empfehlen ja sehr geil sehr geil ja ich hoffe jetzt einfach, dass ich noch 20 Sekunden überlebe und muss euch mit leider nicht so ganz so spannenden bildern hinter Oder? Nein, ich kann immer noch nichts machen. Da ist eine Benji hinter mir. Oh, ich bin Zech. Ja, das war jetzt ein sehr seltsames Ende. Ich konnte mich auf einmal nicht mehr bewegen. Gucken wir uns noch den Punktestell an. Ja, Nui... Ach, wie auch immer. Er hat mich auf jeden Fall noch im Längen abgehangen. Aber wir haben noch ein Level rausgeholt, ein paar Punkte rausgeholt. Ich bin zufrieden. So. Comments gerne unten hinterlassen. Diesmal gibt es leider keine Links zu den anderen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid. Wir suchen auch noch einen vierten Spieler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.